Hallo bei Nuschtu lebt ab und wir fliegen über die Bastogne mit unserer HS123 A1 hier. Gerade habe ich schon wieder fast vergessen, keinen Ton anzumachen, beziehungsweise habe ich, aber mir fliegt es noch auch auf. Mh-hmm. Ich hab so zwei, äh, zwei, bis ich gleich habe, dass ich, äh, die, äh, die Bomba hier. Na ja, soviel kann ich ja nicht tun, wenn die so weit weg sind. Unsere Bomber, äh, Kameraden in den Bomber. Ey! Was schießt auf mich? Na ja, viel zu langsam. Ich frage mich auch, warum der Flieger hier in der Nutz startet. Na egal. Diese mittlerweile ist schon sehr weit weg. Eine B-18. Sie ist da. und nehmt wir haben die Initiative ja Die B-18 ist ganz schön. Relativ in unserer Nähe. Versuche ich jetzt runterzukommen. Mach die da unten, die stürzt ab. Versuch die ab. Versuch die da. Mach die versuch zwar bei dem Ganzen. Das war informiert. Grittischer Treffer. Oh Mist. Statt dafür den da abschießen. Haben wir hier selber jetzt ein Problem. Bei uns ist der Motor aus. Na ja, Abschutshilfe. Da suchen wir noch irgendwo. Waffe kämpft. Haben wir auch zu schnell geschossen. Wir haben alles falsch gemacht. Maximal können wir noch landen. So, sind wir hier im Pfeilbaking-Gebiet. Na ja, es geht so. Kommen wir relativ gut zu unseren Gruppen zurück. So. Aussteigen. Abschutshilfe. Na ja, egal. Zug zum Hangar. Wir haben zwei Booster an. 15% mehr Silberlinge. Und 15% mehr für Vorschuss-Dinger da. Auf Vorschuss-Beschleunigen nachbrauchen wir nicht. Umwandungskosten. 50 Dings da. Ne, 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 ne. Das machen wir nicht. So. 100... 149 Silberlinge. Das geht doch. Ah! Und das Ding hier hat neun Kühler verdient. So. Und dann forschen wir mal an die Compress-Show. Jo. Der ist auch schon fertig. Mehr Vorschuss-Punkte gibt's für unsere 110. Yeah. Auch die Bombe und neue Gurte. Neue Flügel. Können wir kaufen. What the hell? Was können wir da heute verkaufen? Motor auch. Neues. psychic damage. Löwe Quake. Jaja. Jaja. Ah, und die zweite Bombe können wir wohl nicht kaufen. Ach. Guckt euch mal. FQ hatte nur das hier und alles wurde fertig강osch. Na gut, dann bis zum nächsten Schlag, Tschüüüüss! Hallo wieder zur nächsten Schlag! Diesmal über Korea mit unseren Russen. Äh, welche Maschine hab ich denn da aufgewählt? Ich glaube, es müsste die I-15 gewesen sein. Realität, Jo, ne, 1, 3,50, M62, M62, und wir sind spät dran. Oh, 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 oh. Na, machen wir mal ein bisschen Tiefriff am Zug heute. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ach, ich wollte doch den Monitor mal wieder sauber machen. Naja, ich weiß nicht. Wir sehen so ein paar leichte Pünktchen, aber da sind ja keine Flugzeuge, aber da kann ich sehr pusten. Uh, da fahr ich knapp über der Projektspitze. Eine Thunderland, aber es ist noch ewig weit weg. Oh, mein Motor ist zu heiß. Ich dachte, die russischen Motoren können nicht zu heiß werden. Das sie sehr... ...gewiesend. Das sind wir meiner Küche. Schaut her, dass man nicht rauszoomen kann. Das ist Thunderland. Und... ...die Garnbumpfbrücke zu. Und wird sie auch zerstören. Sieht von außen. Ja, aber dafür wird die Brücke von mir auch wirklich gerecht. Boah. Oh! Wutze! Ah! Das war ja ganz schlimm von mir. Na, wenigstens Abschlusshilfe aber. Was habe ich denn da gemacht? Da war der Boden zu nah. Na ja, gut. Da war nix. Eieieiei. So. Dann bis zum nächsten Schlag gleich. Tschüss. Hallo. Wir fliegen unsere Zwartfisch nun über... ...Port Morsby. Ja. Also mit den Briten. Und wir haben... ...n paar kleine Pimpchen dabei. Mit denen wir hoffentlich auch was machen können. So. So. Ich fliege ein paar Mal auf die Basis in der Mitte. Ich flimme zu. Ich flimme zu. So. Mal gucken, ob wir davon einen Screenshot machen. Aber ich finde meine... ...äh... 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 ...eine aus dem ausgewiesenen Sektor. Meine Submates einfach schön. Ich jetzt ja neu. Relativ neu habe. Oh oh. Hm. Da sind andere Flieger... ...vor uns und... ...und... Mal gucken, was die andere... ...vorhaben. Ich glaube, wir sind... ...und... ...und... ... ... ... Ich glaube wir haben einen schwerwiegenden Heckschaden. Dafür nicht mal unsere Mission wirklich so durchziehen können. Andere Spitzzufuhr. Ich mache jetzt einen auf GK. So eine Boden-Einheit haben und wir wenigstens die Zeit starten. Am Panzerwagen. Und wir haben hier von hinten einen Abbekommen. Na ja, zurück zum Hangar. Dann war diese Folge ja eine sehr kurze Folge. Aber so ist es nun mal ab und zu mal bei War Thunder. Naja, wenigstens knapp 800 Silberdinge. Und hier ist Werbung für mich. So und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Schuss. 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 Schuss.